Christoph Waltz – Was man über den Schauspieler wissen muss Der in Wien geborene Christoph Waltz zählt zum festen Hollywood-Inventar. Der Österreicher ist bekannt für seine fesselnden und spannenden Rollen. Wir stellen Ihnen überraschende Fakten über den zweifachen Oscar-Preisträger vor. Beckenbruch für Kinorolle In seiner Rolle als Dr. Schulz in Django Unchained nahm sich Waltz, um seinen Reitstil zu perfektionieren, Reitstunden. Doch bei einer dieser Stunden brach sich der Schauspieler offenbar den Beckenknochen. Das erkläre warum Waltz den gesamten Film nicht reitet sondern auf einer Kutsche sitzt. Gab den Traum des Schauspielens fast auf. Auch bei Waltz gab es eine Durststrecke, was ihn fast den Traum des Schauspielens aufgeben ließ. Deshalb verließ Waltz Deutschland und ging in den 70er Jahren nach New York. Weltweite Bekanntheit erlangte Waltz im Alter von 53 Jahren durch den Film The Glorious Bastard. Der Schauspieler soll seine Textzeilen stets gewissenhaft auswendig lernen. Er selbst betonte, dass er nicht besonders gut in Improvisation sei. Weltweite Bekanntheit